wie kommt seine arbeitringen für die so ja wahrscheinlich mit den tappen alles schon fertig das ist sehr schön bloß nach unten hin hat es ist ein ganzer block dann würde ich das gerne hier erst mal so machen ok oder auch nicht hier müssen wir das ganze noch anpassen das essen können wir jetzt einfach mal mitnehmen und dann gehen wir uns richtig granit mal wiederholen weil davon brauche ich doch noch einiges oder was weiß ich ich mache jetzt doch erstmal die scheißbrücke hallo die sau kann hier wohl nicht wahr sein ey stop hier mache ich auch frei zack und hier haben wir ja kein verbindungsstück gemacht so wie sich das gehört so 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 18 stück haben wir jetzt davon und theoretisch kann ich das wahrscheinlich hier auch machen ach hier haben wir es so gelassen okay sieht glaube ich auch ein bisschen besser aus jetzt hätte ich einfach rüber rennen können aber man manchmal so und dann verteilen wir die blöcke nach unten irgendwo und dann machen wir uns um den weg so so Häh-häh-häh-häh-häh Danke, ich hab immer noch diese Musik nicht in der Playlist im Moment, haben wir noch Kürze, ein paar haben wir, wie jetzt, ach doch da, ich wollte schon sagen. So, das raus, das raus, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich die Pfeile, ah, ok. Zack, achso, Quatsch mit Kiste, zack, zack, also Stein müssen wir ein bisschen mitnehmen. Danke. Und eigentlich müssten wir auch Fackeln entpacken, aber ich glaub wir haben keine Kohle mehr übrig, ne, zumindest nicht hier. Ich glaube, das müssen wir mal so machen. Oh. Oh. Oh, von den Pilzen haben wir noch massig. Bloß die roten Kürze sind irgendwie nicht so oft, hab ich das so viel. Hm. Hm. So, nochmal vier Spitzsackis. Gut, dann können wir, glaub ich, los. Beziehungsweise wir gehen erstmal nochmal pennen. Und dann gehen wir los. So. Und ich will eigentlich... Jo, das kriegen wir locker hin. Ich will jetzt hier einfach ins Wasser rüberspringen. Ich glaub da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Aber interessant, dass ich jetzt doch wieder die Brücke nicht mache, obwohl ich eben noch gesagt hab, oh, jetzt ist mal die Brücke. Hm. Das geht mir zu den, geblieben. Okay. Ui! 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 ist das das was ich denke dass es es ist das muss ich jetzt mal mit mir tut mir leid das nicht so verführerisch brauchen wir zwar unser Inventar jetzt mit, ups, voll aber das brauche ich später auf jeden fall noch fast zwei Stacks, sehr gut und dafür haben wir auch glaube ich eine Schippe eben kaputt gemacht also haben wir jetzt nur einen zusätzlichen Slot belegt so, wo ging es denn hier runter? ja shit ich suche den Abgang aber auch jedesmal ja ja so jetzt wieder ruh wenn ich mich richtig erinnere sind wir eigentlich hier dann, auch wenn wir wieder woanders rauskamen daher würde ich erstmal den Weg wieder verfolgen wollen da haben wir noch gar nicht da haben wir noch gar nicht da haben wir noch gar nicht das Problem ist ich nehme kein weiteres Schwert mehr da wird es mich verarschen? der kann uns eigentlich gar nicht weiter gesehen haben genau die spinnen die das hört sich auch mal so an als ob die uns verfolgt ach hey diese Höhle da unten ist auch Licht ist die Frage waren wir da unten schon? oder alter Felder oha über uns da jetzt da 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 Die Frage ist, wo die stecken, ey. Neid, erstmal von Päuschen, ich bitte zu bedanke mich, bis denn.